We're all your love 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 Simo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Evolution Zusammen mit Lukas Ollen Und Renix Ja der Fehler war Wir können hier keine normale Kohle reinschmeißen Sondern nur Sharkol Beziehungsweise Cokeol Aber jetzt hab ich das alles hingekriegt Die läuft auf jeden Fall Äh Lukas was sind denn unsere Turtles? Mh eines noch unten Keine Ahnung Ist eine Musst mal gucken So machen wir hier hinten mal weiter Auf jeden Fall machen wir schon ordentliche Fortschritte Oh Oh Da oben noch ganz nachgeschickt Haben wir nur zwei Törtel oder haben wir mehr? Wir haben also derzeit ist eine noch unten, also derzeit kannst du nur noch eine bewachsen Was habt ihr denn für kreative Namen bitte? Die hab ich ausgesucht, sag nix dagegen Ja okay, das erklärt's Kann sein, dass die andere noch in der Farmingwelt ist? Ja, aber deswegen mach ich keinen Jetpack, damit ich mich dann nicht wieder hochstacken muss Ich hab grad ganz runtergesprungen bis zum Badtrap Ja, dann zieht echt den Karrensman das aus Vor allem, es soll fünf bis sechs Etagen hoch werden Oh Gott Pfff Ich weiß Was meinst du, was ich mir grad hier denk? Weißt du, sie haben ja voll viel äh Crystals Aber allein auf einer Etage soll im Gebäudeabteil Boah, was ist das? Also im West Fanta hab ich auch Hier, im Westend soll auf jeden Fall nachher unser ME servilen Eti, wir haben grad unsere letzte Title gefunden, die heißt Fanta Wie kommt ihr auf solche Scheißnahmen? Ähm Weil nur mal so dringend Was warst du dringend? Ja, ich hatte grad einen Metze-Mix hier stehen und deswegen, ja Hab ich mal sowas gedacht Also machen wir hier mal wieder ohne Fenster-Front Ja, Moris, ich find kein Gold Wir hatten noch Gold, oder? Da bin ich mir sicher Ach hier Hab's Wie haben wir da noch? Ja, ich hab's gefunden Wie viel denn? 30 Aus Da kann ich noch das Doppel-Dead auspumpen Aber, Moris, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das hier grad für ein fettes Teil ist schon Weißt du, was ich dir, äh, was ich dir schon mal wünsche? Viel Spaß, wenn du es im E-System craftest Warum? So schlimm ist das doch nicht Ja, aber da fehlt, da sind noch Sind, äh, noch ganz andere Items dazu, Craft Ich weiß Ist mir scheißegal Das nervigt mir daran Da hab ich kein Problem mit Guck dir an, was ich hier für'n KWM-Smann als Haus baue Danach hab ich spätestens, bin ich aller spätestens Sowieso Geduld genug Scheiße, jetzt hab ich mir grade acht Knöpfe gecraftet Was, Knöpfe? Das war auszusehen, ich wollte eigentlich Holz craften Hab nicht gescheckt, dass das Holz ist schon Oh, das ist, glaub ich, Charged, das ist ganz hoffentlich Charged, Charged, das ist was Lukas, ich hab Mackeln vergessen Wenn du vorbeikommen könntest, äh, wenn du dein Jetman gecraftet hast Auf allen im West, äh, kompletten Westkorridor im Westend soll ja komplett, äh, Dings entstehen Das M-I Da kommt der Server in die erste Etage rein Der kriegt aber auch den dementsprechend fetten, äh, eine fette Zuleitung Weil den Server, den wir da rein knallen, da werden wir Verteiler über Verteiler haben Was? Mein Lukas, du bist verknüpft Ich hab gedacht, ich meinst mich, wenn ich über Verteiler gesprochen hab Also da kommen wohl bestimmt 100, äh, sauberein nachher Ich glaub, daran merkt man, dass das Dreck müssen länger gehen soll Stimmt, also wenn die Zuschauer das jetzt langsam sehen, was hier für ein K-Wems-Mann gebaut wird, am Haus Denken die sich auch nur so Dafuk Das sollte jetzt erstmal an Holz kurzweilig reichen Ich hab mich grad vergessen Holz zu farm Aber egal, die Knöpfe, die ich grade gecraftet hab, werden wir auch noch vercraften Muss man ein Schartes Quarz finden, oder kann man es auch irgendwie craften? Kannst du noch nachgucken Ah, da steht irgendwie, ähm, hier, äh, kann in der Welt gefunden werden Mehr nicht? Kann man es wahrscheinlich nur in der Welt finden Kann man es wahrscheinlich nur in der Welt finden Wenn der hier sieht, was ich hier schon gebaut hab heute Weil der hat halt jetzt komplett, äh, eine komplette Etage, die er hier hatte Ist halt jetzt komplett weg Wenn man es halt so nimmt Wenn man es halt so nimmt Wer darf sich da jetzt erstmal Ja Du, du warst freuen die jetzt mal den Haupteingang zu nutzen sogar Äh, das wird er jetzt vermüssen Ja, ich kann vielleicht auch mal demnächst gucken Aber Ich muss jetzt erstmal Farmen Oh Ja, aber es geht ohne viel schlecht Du hast doch immer, dass irgendwo ein Lava-Tank oder so, oder? Ich, keine Ahnung Ob wir einen haben Lukas So, Lukas Ja, hab ich Hast du aber nicht mitgenommen Da sind noch 53 Lava-Aimer drin, also Kannst du noch Ja Der steht hier in unserer Tom-Croft-Ecke, der 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 Abortrag oder so Auf jeden Fall ist das Projekt hier unten bald mit Korridor Ähm Südend auffällig So weit sind wir jetzt schon gleich Vielleicht noch drei Folgen oder so Dann wird man damit auffällig Ich Ich Auf jeden Fall ist das ich bin ich tue jetzt gleiche geknickt geht an und freue ich ins Bett Prozent ja mach ich gerade Ich denke mal hier unten kommt gleich auch unser Lager rein. Wenn Jan halt mal das AKW umgestellt hat, den Reaktor, würde ich hier wahrscheinlich Dings reinkleistern. Was für einmal brauche ich denn? Ich denke mal, das reicht jetzt auch erstmal so von der Größe für das Gebäudeabteil. Das mache ich hier erst weiter, wenn hinten das fertig ist, dass Jan das AKW umstellen kann. Da kommt auch noch eine zweite Etage drauf, da sitzt einfach so riesig. Aber das ganze verläuft sich halt hier auch ein bisschen. Machen wir hier. Hier ist das Südend. Ja, mach mal hier rein. Kleinst an was hier in die Richtung rein. Ich hab jetzt ein aufgeladenes Stück. Warte, ich ausrufe. Alter. 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 Ganze drauf hackern. Hat preguntas. Halt renovat psychisch! 100% Wärmbach. sexyix nur und Nein, das können wir eigentlich nichtρω sein. Fertig der erst vor Ort wenn sie schmeißen kommt so ich muss ja mal gucken wie ich das hier baue kann ich ein Jetpack machen aber das musst du die ganze Zeit an mir neu aufladen ja ich weiß also hier kommt auf jeden Fall die Richtung der Server rein würde ich sagen so wenn da der Server kommt will ich eigentlich die Portalhalle machen wir haben eigentlich einen guten Anschluss sind wir halt auf der Zwischenetage so also entweder mein Bruder hat es erfolgreich geschafft mich anzustecken oder die Allergie nervt mal wieder aber weil ich er glaube dass mein Bruder mich angesteckt hat Ich habe es schon mal ein paar Worte, aber ich habe es schon mal ein paar Worte. Prozent die Beutung die Welt den Weg machen wir hier wandten Prozent 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 Warners dann kommen hier auf jeden Fall Drop Bridges rein würde ich sagen lol an der nächsten Seite sind wir aus dem Gebäude raus ja aus dem Berg raus so ich bin doch froh, dass ich nicht da oben gebaut habe, wo ich erst bauen wollte äh, Lukas, wie mache ich das äh, mit dem Tunnel nach unten äh, Excaverweight oder so das wird dir dann schon eigentlich empfohlen wie weit muss man es runter machen? irgendwie, es geht einfach immer weiter runter, das kannst du nicht weit stellen wie weit runter, du kannst nur noch einstellen in welchem Radius es ist und so ist gerade eine Oberfläche oder wo? ja, wie mache ich, wie stelle ich die, äh, die Einwester in den Radius ein? einfach nur Zahl, Alter, dann macht's, wenn ich 10 eingeben, mach 10x10 wenn, wenn, wenn du 5 eingibst, dann 5x5 also 5x5 Löcke, das ist ja die Fläche und wenn, wenn du hier nicht, und du solltest hier auch, äh, einen Chunk loaden hier vielleicht du solltest halt gucken, dass dein Turtle in einem Chunk vielleicht ist, damit er nicht dein Chunk loaden indem du, äh, S2G und nochmal, glaub ich, Linkstick darauf guckst äh, hältst aber guck mal, du solltest mal F9 drücken, damit du mal guckst, da siehst du die einzelnen Chunks nämlich und deine Töne liegt, glaub ich, über vier verschiedene Chunks ja, wir müssen Felix, wir sind mitten in der Aufnahme ja also ich bin von aus gesagt, ihr seid fertig, weil ihr wieder sichtbar seid nein, du kannst einfach nur Dings mittlerweile uns hier sehen, weil du wieder im Rang hast nein, vorher hab ich euch nicht gesehen dann hast du den Channel nicht abonniert gehabt zwei Minuten hab ich euch nicht gesehen wir sind hier die ganze Zeit schon drin, aber ich bin immer noch in der Aufnahme hi Baum hallo ja ja provozieren jetzt guckst du mal wegen den Chunks, du musst mal F9 drücken provozieren ich hör, ich hör euch einfach nur zu und halt ja ja, okay, dann ist okay f9 drücken und dann siehst du das, die Chunks damit du nicht allzu viele claimen musst hier ist das? ah hier ist dann so ne Grenze ja zwei Chunks und die Teufel ja 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 mal ja gut boah, alter mein Bruder ne ja ja das sind hier auch erst jetzt kommt er ich kann schon mal einen Stift bereit halten aufschreiben Folge 13 oder mein Bruder kennt mich jetzt ich kann nicht mehr lange du kannst nicht mehr lange jetzt kann ich erst nicht gehen ich hab meine Mutter rum alles ok ja, von Abwarnen wird das Armee die mal nicht funktionieren Maurice weiß nicht ähm du bist jetzt erstmal weg oder wie? ja, sorry aber keinen Bock auf Geschrei von meiner Mutter wir sind in der Aufnahme ich hab grad auch keinen Bock auf Geschrei von deiner Mutter alles ok ich hab keine Sticks mehr auch gut auch gut was mein Bruder die Tür hier nicht zumacht ich schmeiß den echt hier nochmal irgendwann aus dem Projekt raus dann sollte das mit Singleplayer spielen das ist mir dann auch egal ich weiß was, da kommt das neue Zap-Portal rein wie breit ist das? auch zwei nicht habe ich noch ein Obsidian irgendwo ähm 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 Lukas hast du zufällig gerade ne Dia äh Spitzakel nein aufschnitt da muss ich auf jeden warten da muss ich auf jeden warten so besser du bist nicht du wenn du rummerig bist das ist ein Snickers und darum hast du das gegessen aha und machen wir hier eine Zwischenwand und dann kommt hier der nächste zweite aber aber Zwischenwand wird nicht dem Stein behüllt sondern hier mit so ich muss hier meine Bäume echt abradisieren ein bisschen weil mir ein bisschen weh schlafen hier stehen wollte ich zwar eigentlich nicht aber machste nix dran so dann kommt hier das nächste rein ich werde ein bisschen ein bisschen hier ja ein bisschen hier 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 ist hier 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 Das ist so schön. Ne, stimmt der, die bräuchte ja gar nicht. Ich bin nun wieder da, du bist nun wieder da. Das ist ein gestörtes Felix gewesen oder was war das? Sag ich doch. Ja. Hab ich doch gesagt, eingestörtes Felix. Nein, eingestörtes Baum. Ach du, Felix machst jetzt nicht mal ein Projekt mit, oder? Whitelisted. Hast du das? Was? Ich bin nicht gewitalistet. Ja, all gut. Musst du das selbst regeln. Da ist der Herr noch nicht zu kommen. Und ich bin immer noch mit in der Aufnahme. Ja und? Deine Zuschauer können ruhig heute kriegen, das ist für eine Schlafmütze. Ja, das ist für eine Schlafmütze. Hättest ja auch mal pünktlich da sein können. Ja, sorry, dass ich keine Zeit hatte und auf der Arbeit war. Ja, sorry, dass ich nun mal auch viel arbeiten gehe. Boah, hau mal ab. Wo ist das? Boah. Boah. F***. Boah, komm ich doch, Bart. Kann ich da eine Kiste hinstellen und die droppt alles rein? Das schon, oder? Bin nämlich gerade alles auf dem Boden gedroppt. Achah, ähm. Wenn wir ein Maurice für einen Eroscene oder sowas bekommen würden, würde ich mir keinen Porticum machen. Sondern eher so, kennst du dieses Cage-Netz, wo man halt so Tiere drin fahren kann, da gibt's ja ein bestimmtes. Das kannst du öfters da benutzen, dann kann man da so einen Enderman-Spawner draus machen, hab ich gedacht. Ich glaub, das war irgendwie sowas. Was soll ich noch mal haben? Kann ich hier auch weitermachen. Für Ender-Appellen. Ender-Appellen sind nicht so einfach herzubekommen und da braucht man für sehr gute Sachen. Wollt schon mal sitzen. Vorliegern ist ein schönes Spielzeug, mein ich halt nur. Knallen wir den Baum hier auch noch raus. Was? Na, ich bin hier Bäumen am fällen. Oh, ich hab ja noch so einen Baum verstanden. Ja, ich hab doch gesagt, knallen wir den Baum hier auch noch raus. Nice. War klar, dass ein wildes Baum reagiert. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Von wegen etmc hahaha und ich hab einfach geschrieben, bist du geistig behindert. Ja, Google will mich gerade verarschen. Warum? Zeig Google dir Suchergebnisse an? Nein, der will mit meinem einen Account bei YouTube melden, das geht schon wieder nicht. Das ist einfach welches Baum zu inkompetent. Nein, Passwort ist richtig und ich weiß das ganz genau, weil ich immer dieses Passwort verwende. Gut zu wissen, das heißt, muss ich jetzt einmal dein Passwort rausfinden und hab das für alle Accounts. Nein, das ist bei dieser einen Sache. Achso, dann hab ich das direkt zu allen deinen Google Accounts. Nein, zu meinem einen Google Account. Alles, was in diesem einen Google Account angeht, ist dasselbe Passwort. Gut zu wissen, äh, sag mal deine E-Mail-Adresse. Ahaha, et, das ist für jede Woche mein Passwort, äh. Jede Woche? Ja. Das hatte ich jetzt mal für ein Gerücht. Nein, das ist kein Gerücht. Ich hab gedacht, ich bin schon mit allen zwei Wochen schlimm. Aber ich würde eines Besseren belehrt. Ja, okay, aber meine Passwörter sind hundertprozentig noch länger als deine. Da würde ich meinen Schwanz ins Feuer legen. Boom. Google Account etwas über 100 Stellen. Oder sind es 100 Stellen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin fast maximal, was bei Google ging, in die hundert, hundertzehn, hundertzwanzig, oder hundert, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein Minimum hundert. Da kommst du nicht dran, oder? Wohin brauchst du mein langes Passwort. Damit du auch mal endlich irgendwas langes hast. Ähm. Ich bin lang, du Depp. Du bist groß. Ja, du bist lang, aber du hast keinen langen. Doch. Ähm, so hast du eine Aufnahme. Ich hab mir jetzt dann auch gedacht. Ich will dir am liebsten jetzt sagen, schick wildig, vielleicht dass ich die Aufnahme ein, aber das ist dein falscher Kanal. Ja. Was? Falscher Kanal? Hä? Sehr interessant. Sollten es bedeuten. Lass das auf seinem Newborn-Kanal hoch. Nein! Nein, so dass ich das nicht auf meinem Hauptkanal hochladen würde, weil der sonst gesperrt wird. Laios hat ja schon mal Pornos auf seinem Kanal hochgeladen. Okay. Interessante Themen. Ja, immerhin. Ich habe jetzt ein Gesprächstes in meiner Aufnahme. Jetzt kann ich aber eine Umfrage machen. Habt ihr schon mal Pornos geguckt? Aber ich weiß, wie du, ähm, den, was für einen Titel du nehmen kannst. Eti Crash, die Aufnahme. Lass dir eti bauen. Warum? Ehe. Er doch nicht. Was? Oh doch nicht. Du kriegst ja niemals Aufnahme. Ähm, tue ich nicht. das halte ich jetzt aber für ein Gerücht der Cola, Fanta und Mechzenmix sind jetzt ALTER sucht euch mal vernünftige Namen aus bitte was ist mit Cola, Fanta und Mechzenmix? so heißen die an Turtles aus Cola und Fanta entsteht mit Mechzenmix aus Cola und Fanta entsteht mit Mechzenmix daraus bist du entstanden nein, ich hab Zeit in Osweilen ah ne stimmt, stimmt ja, du bist ja im Labor entstanden Baum, alles zum Spaß HALT DIE PRÄSSE danke, jetzt wird mein Video gestrikt, viel Spaß wehe Baum wenn du deswegen ein Video gestrikt wird, dann lache ich Baum, dann fling ich raus, wo du wohnst und ich schlag dich aber Baum, ich schlag dich beim 101 dann Internet Battle, wer hat das bessere Internet? sag dir, wir können einfach wieder machen in Counter Strike wie vorhin, kann das verquetteln nein, du kannst das einlassen ja, ich hab Pasty auch abgezogen auf der Map Pasty ist ja auch ein Lappen ich hab jeden auf der Map abgezogen auf was für einer Map? ach wie hat jetzt dieser pinken, wo alles parallel ist auf jeden Fall auf Pasty hab ich abgezogen, Pasty hab ich abgezogen dich hab ich abgezogen, Luke hab ich abgezogen dich und Luke hab ich abgezogen mich hast du überhaupt nicht abgezogen, du hast nämlich erst geführt und dann hab ich mal, äh, Richtig fast zwei Mal gewonnen zwei Mal und dann bist du das geneigtet, weil du der Mutter rumgemaultert, dass du so lange im Plizier hockst ich glaub, du hast auch die Runde weggewonnen ach doch die Hauptsache Felix, der geht bei Herr Werner, boah, es gewinnt alles ich bin halt gut, wie geht's zu dir was halte ich für ein Gerücht du hast zwei Wins eventuell gegen, egal wem ja, deswegen hab ich guck mal, was ist unten schon aus, ganz unten du musst meine ohne SG spielen, weil Pasty rumgemault hat ähm, wie, wie, äh so groß wie ich das war hier, wie heißt du nochmal, ähm Lukas, wie aktivier ich das Portal, kann ich das einfach so abbauen? das, äh, Portal meinst du, das, äh, in Farmingwelt? richtig äh, da brauchst du extra, noch so'n, wie heißt das, ich keine Ahnung brauchst du noch ein extra Stab oder sowas hast du den? wenn ja, komm mal eben vorbei, bitte hab ich nicht, der wird nämlich nach der Zeit verbraucht, den musst du dir neu craften kannst du mir den mal eben machen, oder wie heißt der? erstmal add arrow mod gucken musst du einfach add arrow eingeben und dann, hier steht da Mining Multitool dieses Ding brauchst du, dafür brauchst du Mining Multitool ja, ist nicht schwer zu machen du kannst halt immer, wie ich mein, wie ich das Dreadpack craften kann äh Mining Multitool oder wo ich mir jetzt, ähm, craften ähm, erstmal brauchst du ich hab mir einfach welches ich mitmachen muss als erstes fängst du mit dem also ihr könnt jetzt nicht mehr übers Portal zu uns kommen und scheint nicht, ne aber ich hab mir jetzt ein Jetpack ein bisschen nicht, ähm ja, ich setz das Portal gerade um, weil's mir halt dezent im Weg steht ich glaub, so heißt das Jetpack, dass du, äh ich glaub, so heißt das Jetpack, glaub ich, äh kündig, tipp, äh aber nun, das Jetpack kannst du den, äh, dran weglassen und das musst du dann halt immer ein bisschen verbessern das ist so das Erste, was du, ähm, hier machen solltest Oh, die Aufnahme ist eigentlich schon wieder 40 Minuten lang Maurice Ja Oh, ähm, guck mal hier in diesem Ding sind noch ein paar Teile drin für das Jetpack Guck mal Ach, schau, erstmal Conductive Iron Jetpack Ist das so rot? Ja Und das muss dann immer ein bisschen verbessern Ich hab schon, ähm, das zweite Hier, 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 sind schon Sachen drin Ja, das musst du dir selber machen Oh, jetzt joint Kurt Jan Oh Gott, jetzt wird man wieder ausgepeitscht Jan kommt Ich will gar nicht wissen, äh, was Jan sich jetzt gerade so denkt Was wir hier treiben die ganzen Zeit Jetzt brauch ich auch das ganze Gold und wir haben kein Gold Gold, ey Oder wo ist Gold? Gold Das ist hier drin Das musst du verdoppeln Nee, das war doch nicht da drin Nee, dann Das musst du trotzdem verdoppeln Kann ich einfach Ingets da einen Gold Riser machen, ne? Oder? Du könntest du Ja, wir sind Wir sind aber in der Aufnahme, damit du schon mal Bescheid weißt Also, nichts Schlimmes sagen, bitte Umso besser sagt gar nichts Aufnahme ist ja gleich auch zu Ende Ich finde auch eben hinten das Portal sitzen Alter, lerne Deutsch, Junge Jetzt musst du's verdoppeln, Maurice hier Ich hab's grad hier reingelegt Musste erst verdoppeln Und Und Achseh, diese Teile wieder aufbauen Hier Kann ja in den Ofen einfach, ne? Ja, einfach in den Alloysmelter und dann auf Ofen halt umstellen Und der ist schon auf Oldsmart Also von da Ist das hier nichts aus dem Betrieb, oder? Kannst mir eventuell ein bisschen helfen, Lukas Jetzt Äh, kannst du für mich Also nicht hierbei Äh LOL Man kann damit ja die Blöcke voll verdoppeln Äh, diese Basic hier und machen Basic hier was? Ja, diese Äh, Zahnräder halt Was für Zahnräder denn? Was für Zahnräder denn? Das ist Basic hier Die brauchen nicht viel Die brauchen nicht viel Die brauchen nicht viel Sehr fährt Ja, klar Wie viele brauchst du denn da? Hier 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 Achso, ja Wovon nimmt man so Hilfe auch Wenn ich Hilfe aber Mach ich ganz, weil den Rest hast du alles schon Schon äh, zu viel gecraftet für mich Ja, zu viel hab ich jetzt nicht gecraftet Ja, zu viel hab ich jetzt nicht gecraftet Ich hab nur noch Mit dem Mikrofon muted Durch Du aber nicht alles, äh Alles, zu machen, ähh, an Eis, äh, an Gold oder? Oder soll ich Ja, ne, und der ganze Scroll tue ich nicht, äh, doch warte, will ich tun? Natürlich mache ich das. So, Jan, du kannst doch ruhig mit uns reden. Jan ist gerade noch im Schlafmodus, glaube ich. Ist ja, hab ich auch im Gefühl. Dass ich vielleicht am Headset gemütet bin. Das würd's ja mitbekommen, wenn wir ihm die ganze Zeit sagen, er kann auch ruhig mit uns reden. Ich, ich, ja, mein Ding war gemüse. Aber ich hab sowieso eigentlich nix gesagt. Also. Äh, ich hab das Portal mal eben umgesetzt. Aber wie geil, dass man die Blöcke einfach verdoppeln kann. Hast du das gemerkt? Ich bin einfach durchs Portal gegangen. Wurde uns ein neues hingespawnt. Ach, echt? Ja? Ähm, ich hab mir überlegt, ich fang gleich jetzt mit Traumkraft an. Ähm, beziehungsweise, vorher, bevor ich mit Traumkraft anfange. Hast du gerade 40 Grad Fieber? Habe ich die Klappe. Ähm, jedenfalls. Ich hab Traumkraft, äh, 4 schon gemacht, schonmal. Das ist nervig, aber, ob es geht. Was hältst du so von dem Haus? Ja, das setzt ganz gut an. Nur, das, da muss man halt noch umsetzen. Ja, klar. Ja. Aber das ist klar. Ich hab jetzt erstmal hier halt angefangen mit dem Portal, das da hinten zu sitzen. Ähm. So, ähm. Denn ich hab mir jetzt überlegt, bevor ich irgendwas anders mache, werde ich jetzt erstmal ein Verteilersystem machen. Und dann die Query einsatzbereit machen. Ja. Den Reaktor will ich dir jetzt auch einen Platz für bauen. Ich glaub, der bleibt... Also, entweder hier unten kommt das Lager hin, oder unser Reaktor. Wo wir gerade sind. Ich wollte unten jetzt das Verteilersystem bzw. das Lager hinmachen. Hier, kommt das Lager hin. Was? Hier das Lager rein. Das ist zu klein. Nein, ich... Reiß dir ja noch die halbe Wand weg. Ja, ja, ja. Aber ich mein, das Verteilersystem sorgt dahin, wo die Ender-Chess ist halt. Ja, ja, klar. Ähm. So. Ich war jetzt... Das mach ich mit Bild... Äh. Aber ich würd sagen, ich mach jetzt erstmal hier einen folgenden Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So. Ciao. 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 Ciao.